So, willkommen zurück zu Doom Eternal, ähm, äh, ne, Doom Eternal, die Eternal Doom, genau, ähm, ja, äh, das, nein, genau, das war's, so, dann gucken wir mal, genau, so, okay, also doch, doch die Töne, Doom Eternal, geht, kann sein, dass ich so ein bisschen meine Titel immer falsch betitelt habe, muss ich mal gucken, egal, weil ich's falsch gemacht habe, mach's weiterhin falsch, damit's einheitlich bleibt, äh, egal, oder es bin ein Alu, wie dem auch sei, so, laden, ähm, Doom, zwei Eternal, äh, zuerst selbst gemacht hab ich den Eternal genannt und nicht Eternal Doom, kann ja mal passieren, so, König, egal, dann ab geht das hier, aber Oh, manchmal geht's was Ähm, 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 ä Ich wollte es jetzt viel warten. Ich habe einen Schaden. Ich bin ein Schaden. Ich bin die Schaden. Ich bin der Schaden. Ich bin der Schaden. Ja, ich muss nicht so werden, nein, ist ja gut, jetzt. Okay, ich komme noch nicht mehr raus. Ist also eine ass kleine Falle. Das war ja klar. Alles andere ist doch gewundert. Danke. Oh Gott. So kann er die Kanalisationssystem. Hä, ha, scheiße, das hat er abgerufen, leider wollte ich gleich hin. Hä, hab ich jetzt grad, ich bin nicht in die Fettschrift gelaufen? Ich wollte wieder hier hin. Oh Gott. Oh Gott. Hart am Arsch. Ich konnte das grad nicht gesehen, ich hab grad in die Richtung geguckt oder so. Natürlich ist ja alle verarschen oder so. Und ich hab sie nicht gesehen. Das ist echt reprimierend. Und ich hab sie nicht gesehen. Im Ohr. Ich hab euch auf den Fall hin. Ich hab mich auf den Fall geflogen. Ich hab die Autos an. Was nehm ich denn? Ich hab die Autos an. Ich hab die Autos an. Was ist denn jetzt unternehmen? Haaa! Alter. Ja, das kommt nicht. Komm, Mann! Das ist doch hier schon wieder... Die Map fängt schon wieder echt geil an. Ich muss wieder für die zu gebrauchen hier. Oh, wo kommt... Wo kommt das hier, das Vieh? Hey, leck mich. Man kann sich doch ja nicht auf 20.000 Sachen geistig konzentrieren. Alter! So, hab ich jetzt erstmal alles angelockt hier? Natürlich nicht, hat unser Computer von irgendwo. Oh, Mann! Was soll denn der Scheiß? Und wenn ich mich jetzt um die kümmere, kommt gar nicht in dieser Vieh. Alter! Geht doch! Meine Fresse! Deprimierend! Wie? Ich muss noch ein Teil aufhören. Oh, okay. Okay. Wer soll das noch einmal? Oh, okay. Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! 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 Oh, das hält sogar. Ne, hier ist nichts. Oh, ich darf noch nicht aufsammeln. Gut, das heißt, es geht dann hier weiter. Ah, ne, geht's wieder zurück. Ah. Oh. Hä, warum sehen die mich nicht? Vielleicht besser für mich, aber... Verstehen Sie sich das nicht, wie ich hab jetzt? Vor allem muss ich immer gucken, ob sich jetzt hier irgendwas geöffnet hat, wo irgendwelche Gegner rauskommen. Das ist aber hier, die geht hier aus Hexen. Oder Heretic. Oh, der würde so gerne Umberhexen oder Heretic spielen, aber die erste Sau, das dauert natürlich für lange. Und zweitens haben wir halt gerade schon zwei Let's Plays. Oh. 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 Oh, der schalte mich jetzt nur noch mord. Der hat doch unten gelassen, das wäre aber richtig armselig. Weil das bringt normalerweise gar nichts. Aber die Viecher trocken ja auch normalerweise nicht. Das heißt also, man hat da... Man nimmt noch nicht mal Munition. Oh Gott. Auf der anderen Seite auch. Natürlich auch auf der anderen Seite. Da kommt Freude auf. Plus, plus, drei Fortschritte. Das geht auch. Okay. Oh Gott. Was? ich dachte ich bin im hauptraum wo kommst du denn jetzt schon wieder ich hatte da geht's rein ich dachte derweil ist eine extra lische noch drinnen okay ich bin bereits in den seitenkonstrukt hier drin der hauptraum ist also ganz weit links ich sollte also echt mal auf die karte gucken das ist hier ein bisschen er erinnert mich gerade hier alles komplett an hexen also kannst du sagen was er willst und bleibt hexen okay das heißt dass ich hier nicht runterfallen darf weil hier überall noch gegner sind so davon ist aber wieder der hauptraum oder ja das hier müsste wieder der hauptraum sein ja doch genau das ist wieder der hauptraum ich mag diese mäd nicht auch die mäd mag mich genauso wenig das weiß ich hätte ich zurückgehen sollen oder aber hier sind da wo ich hier noch bin okay das ist genau das ist das jetzt auch was am kürz war ein durch ein secret ein erreichbares secret brauchen wir auch nicht gerade können wir uns aber gut im hintergrund behalten okay ich glaube ich schaue dann erstmal hier diese seite diese seite lassen hier auch damit ich um hauptisch man nicht regeln kann ich mache mal eine an von da oder von da herrüber oder oder scheiße und der vor allem ist das hier irgendwo noch ein kappel die wohl ab auch da ist er ok da kappel jemand ist in der geschichte Oh man, ey. Hä, warum kam der denn jetzt bitte? Ah, das Ding ist runtergegangen, oder was? Ich weiß nicht. Die Spaltung viel random, einfach so. Einfach mal so lange weiter. So, hier bist du wieder am Hauptorten. Genau, ich ziehe wieder in die andere Richtung weiter. Okay, dann habe ich ja alles. Ach, wo war denn dieser Webinand? Ist ja auch immer noch ein Webinand aktiv geworden. Na gut, zieht jetzt mal wieder aus. Ähm. Und wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Du sagst, du hast hier reingekommen, oder? Ja, genau. So, hier hat sich wahrscheinlich was geöffnet. Die Frage ist mir, dass genau... Auch genau das Ding hat, dass man geöffnet ist. Okay. Wie wir sehen, sind wir nicht willkommen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Und das sieht mir aus wie eine Falle. Okay. Nee, ist keine Falle. Ah! Oh, boah, Alter. Ey, diese Map... Was? Muss man da jetzt was to a warning machen, oder was? Wip! Geh mal, geh. Arschloch. Hä? Mal, lol, lol, lol. Gut, man... Ich hätte es also wahrscheinlich auch per 12-1 nicht geschafft, aber... Ähm... Ich mag diese Map. Ich hoffe zwar, dass sie nicht die Zeitlimits sprengt. Oh, Gott. Schon wieder hochfahrende Wände. Sehe ich jetzt schon. Hä? Gibt es ein Script, das kommt... 2 ist... Ich drück gerade hier beim... Beim... Beim Numpad. Die Tasten 7, 8 und 9. 9, 8 und 7. Huh. Fehler auf das Script. Okay. Das ist so irgendwie... Okay. Holy shit. Komm her. Wow. First try. Beide. Alter, Schwede. Na... Oh, Gott. Ich glaube, ich bin hier rechtlich willkommen, der Map. Ah, der war so blöd. Bei der Shotgun muss ich halt immer nachladen. Der muss definitiv längere Wege, wo ich die auf dem Shotgun lachen kann. Kann. Aber jetzt sieht er irgendwie überhaupt nicht. So, das machen wir hin, der hier. Hey, Mädels. Nein. Ich bin da. Jetzt hier alles egal. Braut mich einfach mal zu lange. Kannst du doch hier nicht angehen. Ernsthaft. So. Wo ging es denn? Bin ich schon wieder hier? Ja. 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 Hm. 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 Was ist denn jetzt hier zu machen? Hm. Komm ich nicht rein, oder? Nee. Hm. Okay, doch komm ich rein. Hm. 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 Danke für die Arbeit. Danke fürs mich treffen, Wichser. Okay. Oh, Gott. Das war's mir wert. Danke dafür. Danke. Noch mehr von den Vidern? Nein. Oh. Wobei, was anderes gibt mir gar nicht übrig, oder? Hm. 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 Ja, das war's mir. Hm. 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 Ja, das war's mir. Ja, das war's mir. Ja, das war's mir. Ich hab's mir richtig vor mir stehen, hier einmal, ähm, Raketilfe zu benutzen. Oh Mann, ey, das ist kacke, kacke, kacke! Oh Mann, ey, das ist kacke, 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 kacke! Geht doch mal! Hä, Tür geht da doch auf? Was, willst du verarschen? Geht das auf, oder wie? Was willst du denn mit von mir? Was willst du denn mit von mir? Okay, ich schätze mal, dass es noch so lange Zeit wird, dass es hier wieder ausgeht. Wodurch diese ganzen Stäbe, die hier sind, kannst du hier nicht vorgehen. Aber bleibt einfach überall hängen. Danke. So, mit dir. Okay, also erst wieder Minigun erledigt und einfach nur noch im Kreis laufen. Das klingt nach der einzigen Taktik, die hier irgendwie sind. Wenn man nicht dabei schon an die Stämme hängen bleibt. Oh, Mann, ich komme hier schon wieder vor. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ja. Ja, ich komme. Oh, Mann, Mann. Was das immer hier? Das war's. 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 Oh. Oh. Das war's. 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 Das war's.